Hey, die ganzen kleinen Setzlinge, die habe ich gerade über die Pflanzen. Rumsie raus, Rumsie raus! So, jetzt erstmal Goldbarren. Wo sind die Goldbarren? Wo ist der Deinhard? Da sind Goldbarren. Das Schöne ist, das Inventar ist hier so schön groß. Ja, das stimmt. Hier ist eine Goldaxt, Goldhammer, Gold-Kurzschwert, Gold-Breitschwert. Nachkampfschaden 13. Ich würde die Goldaxt erstmal herstellen. Ja. Goldaxt. Am Amboss mache ich das, ne? Wie komme ich da ran an den Amboss? Du musst einfach dich da vorstellen und dann das Cape drücken für dein Quark. Da hast du das, was du da herstellen kannst. Wie siehst du dann? Ach, ich habe gar kein Gold. Ja, das ist natürlich auch. Das bräuchte man natürlich dafür. Die Fackeln wollte ich nicht herstellen, ich wollte ja nicht Pfeile herstellen. Wie mache ich das jetzt wieder? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach geil, man kann also abspringen von der Wand. Das ist ja geil. Da sind Pfeile, da sind Pfeile, da sind Pfeile. Fackeln. Petroleumfackel, ist die besser als normale Fackel? Keine Ahnung. Wie nach links ist noch keiner gegangen, kann das sein? Oder ist das nur bei mir nicht aufgelegt? Da waren wir noch nicht so wirklich, ne? Gehen wir doch mal dahin. Das ist schon scheiße, ich habe hier wieder so zwei Liderne Steine, die ich nicht abbauen kann. So, ich habe jetzt 280 Pfeile, das nicht. Pfeile, wofür das denn? Meine Augen. Muss ich nicht ständig im Nahkampf gehen? Da kann ich noch ein paar Flammenpfeile herstellen. Ach, die Munition muss ich nicht mal im Dings tragen, die kann ich einfach hier rechts hinzacken. Das ist ja cool. Ich nehme keinen Platz im Inventar weg. Und die Eicheln kann man einpflanzen, hast du gesagt? Ja. Mit linker Maustaste und dann... Du musst das auf den Boden klicken, so ein bisschen. So, jetzt bin ich ganz wieder ausgerüstet. 298 Pfeile davon und für die Hälfte Flammen. Oh. Jetzt kann es losgehen. Da sagt er, jetzt kann es losgehen. Ah, was haben wir hier? Domino Pfeile, was ist das denn? Alter, den kann ich mit Sternschnuppen Pfeile zu Domino Pfeile machen. Schwacher Rückstand. Sternschnuppen sollst du sie aber aufheben. Was kann man da ausmachen aus Sternschnuppen? Mit fünf Sternschnuppen kriegst du ein Mana dazu. Ah, das natürlich... Ja. Hast du jetzt schon jemand rausgefunden, was man mit den Münzen macht? Hm, nöp. Schaffen. Gibt's ja irgendwann mal so Dorfbewohner oder so, mit denen man... Dorfbewohner? Wer weiß. Es gibt ja NPCs hier auch in diesem Spiel, oder? Aber kein Minecraft. Aber es gibt hier NPCs. Ja. Kann sein, ja. Ich hab morgen Sport. Das lässt mich grübeln, ob ich morgen zur Schule gehen. Das war mir klar, dass du da drüber grübelst. Die Karte der Sport am Freitag. Ja. Und abgesehen davon, dass ich meine Sportzeit eh immer fair gaffe. Deswegen. Das fällt nicht auf, dass du das genau vergibst. Nö. Gute ist, ich kann jetzt meinen Asthma vorschicken. Sagt, ich kann heute nicht so. Und dann sagt sie, ach so. Du musst ja auch Vorteile daraus ziehen, nicht wahr? Richtig. Willkommen im Club. Uäh! Ich hab Silbererz gefunden. Ist ja geil. Oh. Oh. Silbererz. Da könnte ich auch mal meine Silbererz zu Barren machen. Ich grab mich noch weiter runter. Senkrecht in die Tiefe. Warum ist da ein Hase in unserem Haus? Wo kommt der da rein? Weil er Spaß hatte dabei? Ich glaube nicht. Acht Silberbarren. Für eine Kerze braucht man einen Goldbarren. Was ist das? Was für ein Scheiß. Was haben wir denn jetzt gerade für ein... Der, der, der... Amboss ist aus Blei. Ja, mit einem Eisen Amboss kriegst du auch nichts anderes. Abwehr 2. Mode-Items. Ach, das sind nur Mode-Items, die ich habe. Die geben gar keine Abwehr. Nö. Nein, nein, nein. Hallo. Wie kann ich noch mein Leben generieren? Wie geht das? Das geht von allein. Ach so. Oder du frisst was. Oder so. Oh. Oh. Geil. Ich habe ein Lebenskristall gefunden. Yay. Oh, man kann die Pfeile sogar wieder einsammeln. Smaragd. Smaragd. Smaragde. 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 Ich habe hier ein paar Smaragde gefunden. Nur ein paar? Ein paar. Ein paar. 15 Stück. Ich habe noch mal einen kleinen Winkel ausgefunden. Also, wenn noch jemand will. Mein Zimmer hat noch keinen. Aber es gibt verschiedene, sehe ich gerade. Inwiefern verschiedene? Na, ich habe angelegt, habe ich Climbing Claws mit Schutz Minus. Es gibt mit Schutz irgendwie, plus zwei Abwehr. Und jetzt habe ich die gefunden, die plus ein Prozent Nachkampftempo geben. Keine Ahnung. Ja, die habe ich auch. Ja, die sind immer unterschiedlich. Ich meine, es ist glücklich und gibt plus zwei kritische Trefferchancen. Boah, verdammt. Diese Scheiß. Scheiß, die waren da. Nee, hier sind die. Ich habe gerade hier Würmer. Diese komischen Würmer, die überall rumschweben da. Genau die. Ah, die sind so gut belastet. Kommt der noch so ein Scheiß Wurm an, oder was? Oder kann ich jetzt hier weiter bohren? Bam. Nisch goes W. Ich habe ein bisschen hart, aber wenn ich meinen, möchte ich hier noch verstehe. Um esCUste T vector. Is Wammologie? Lieren ist Wammbo. Oh, was jetzt? Ich bin in einem anderen Bereich reingegangen. Kannst du es machen. Warte, wie weit unten seid ihr eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Karte geguckt. Wo ist Martin eigentlich? Da ganz hinten. Das ist ja auch weit weg. Map, wo? Okay. Schröti, wo ist Martin? Was ist das denn? Da oben? Ganz weit weg. Den schon, den schon, nicht? Hier war noch gar keiner. Sieht gerade irgendwie. Ein goldener Schleim. Nee, ein gelber Schleim. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja. So scheiße, wenn du in dunkles Wasser fällst, dann bist du verloren. Hier sind Krüge. Ein Krug mit 20 Leben drin ist wahrscheinlich. Ah, hier läuft so ein Turtle rum. Wo ist der Dicke? Hä? Wo ist denn Martin? Der ist erstorben. Achso. Deswegen sehe ich die nicht. Das ist ja so eine leuchtende Quale. Hoffentlich treffe ich nicht wieder auf Spinnen, ey. Das war ein Highlight. Das war ein Highlight. Tor von uns? Das ist leer. Huch. Aha, aha, aha. Dann ist alles voll ab. 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 mein gott ich bin auf eis gestoßen unter der erde ja ich habe mich gerade vorgearbeitet ins eisgebiet deswegen ist und schneeblöcke die gehen aber leicht zu kraft zerkloppen warum muss es eigentlich immer so dunkel sein das macht jedoch nicht das haben höhlen soll ich doch als fackeln reichen auch nicht sehr weit da ist er ja ja noch lebenskristall gefunden muss man wahrscheinlich weiter unten sein um sowas zu finden 160 leben habe ich jetzt schon 160 ich hab grad mal sehr hundert na du hast die standardmenge ach nö blitzmerker ich bin schon wieder in dunkles wasser gefallen das gibt es doch nicht das ist so also wieder ich so wie ich Vielen Dank.